Mit dieser einfachen Sparmethode schaffe ich es Monat für Monat 1200 Euro zu sparen. Das klingt so gut, um wahr zu sein? Dann lass mich dir diese einzigartige 7-Schritt-Methode zeigen, mit der ich meine Sparrate kontinuierlich von Jahr zu Jahr steigern konnte. Vieles war für mich damals auch neu, aber ich versichere dir, sie ist ein echter Gamechanger. Willkommen beim Finanzteleskop. Ich bin der Chris und let's go! Heute gehen wir gemeinsam alle 7 Schritte durch, mit denen du effektiv Geld sparen und dir mit der Zeit so ein beträchtliches Vermögen aufbauen kannst. Du musst nicht zwingend alle Schritte umsetzen oder diese alle auf einmal in deinen Alltag integrieren. Je mehr du davon machst, desto besser. Aber hey, ich lebe selbst nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Es freut mich einfach, wenn mein Video dir dabei hilft, deine eigenen Sparziele zu erreichen. Ganz egal, ob du 30.000, 10.000 oder auch nur 1.000 Euro sparen möchtest. Natürlich lässt sich meine Situation nicht 1 zu 1 auf dich übertragen. Aber ich möchte dir zeigen, wie ich persönlich Geld spare und was du tun kannst, um entweder mit dem Sparen anzufangen oder um dein Sparen weiter zu optimieren. Aber jetzt genug mit dem Vorspiel. Lass uns starten. Was braucht es, um effektiv Geld zu sparen? Schritt 1. Steigere dein Einkommen. Der naheliegendste Faktor für eine hohe Sparsumme ist die Höhe deines Einkommens. Je höher dein Einkommen, desto größer ist auch dein Spielraum beim Sparen. Klingt logisch, oder? Daher ist es elementar wichtig, dein Einkommen langfristig zu steigern. Und dafür kannst du einiges tun. Du kannst dich zum Beispiel weiterbilden und an deinen Fähigkeiten arbeiten, mit deinem Chef über dein Gehalt verhandeln, den Arbeitgeber oder die Stelle wechseln, einen Nebenjob annehmen oder dir weitere Einkommensquellen aufbauen. Doch wenn du das Geld einfach direkt wieder ausgibst, dann bringt dich ein höheres Einkommen allein nicht weiter. Denn Vermögen kannst du nur aufbauen, wenn du einen größeren Teil deines Einkommens auch behältst. Und damit kommen wir zu Schritt 2. Bezahl dich zuerst selbst. Eine clevere Taktik, deine Sparziele zu erreichen, ohne auf deinen Lebensstil verzichten zu müssen, ist das Pay-Yourself-First-Prinzip. Bei diesem Prinzip geht es darum, sofort nach Gehaltseingang einen gewissen Teil deines Einkommens für dein Sparkonto zu reservieren. Und zwar noch, bevor du irgendwelche Ausgaben tätigst. Diese Strategie ist so effektiv, weil du schon einen von dir festgelegten Geldbetrag gespart hast, bevor du auch nur einen Cent davon ausgeben kannst. Es klingt so einfach, oder? Und ja, das ist das Geniale daran. Indem du dich selbst zuerst bezahlst, legst du den Grundstein für deine finanzielle Unabhängigkeit. Du lernst so ganz automatisch mit dem auszukommen, was dir nach dem Sparen übrig bleibt, anstatt nur das zu sparen, was am Monatsende übrig bleibt. Lass mich dir das Prinzip anhand eines Beispiels veranschaulichen. Angenommen, du verdienst monatlich 2.400 Euro netto. Nachdem du all deine Fixkosten wie Miete, Versicherung oder Lebensmittel beglichen hast, bleiben dir noch 1.200 Euro übrig. Doch mit der Anwendung des Pay-Yourself-First-Prinzips kannst du den Spieß umdrehen. Und zwar indem du zuerst 200 Euro auf dein Sparkonto überweist, noch bevor du irgendetwas anderes bezahlst. Jetzt stehen dir nur noch 1.000 Euro für deine monatlichen Ausgaben zur Verfügung. Du wirst staunen, wie schnell sich deine Sparbeträge zu einer beeindruckenden Summe aufsummieren. Schritt 3. Optimiere deinen Lifestyle Nach meinem Studium und dem ersten Gehalt habe ich nicht einfach meine Ausgaben meinem gestiegenen Einkommen angepasst. Nein, ich habe meinen Lifestyle nicht groß geändert und dabei echt nichts vermisst. Der Schlüssel hierbei liegt immer in der Differenz zwischen dem, was du verdienst und dem, was du ausgibst. Hier steckt riesiges Sparpotenzial. Kommen wir nochmal zu unserem Beispiel. Angenommen, du verdienst monatlich 2.400 Euro netto. Anstatt das gesamte Gehalt auszugeben, kannst du bewusst unter deinen Verhältnissen leben. Wie das geht? Na ganz einfach. Budgetierung. Verschaffe dir einen klaren Überblick über deine monatlichen Einnahmen und Ausgaben und überlege dann, wie viel du beiseitelegen kannst. Und mache das Sparen zu einer festen Gewohnheit. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass du nur 2.000 Euro pro Monat ausgibst und die übrigen 400 Euro für deine finanziellen Ziele beiseitelegst. In dem du bewusst nicht über deinen Verhältnissen lebst und die Differenz zum Sparen nutzt, legst du den Grundstein für deine finanzielle Sicherheit und deinen langfristigen Erfolg. Dein Budget wird dabei zu einem zuverlässigen Kompass auf deinem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Doch wie schafft man es Monat für Monat mit einem kleineren Budget auszukommen, ohne dabei auf wichtige Dinge zu verzichten? Genau dabei helfen dir die nächsten 3 Schritte dieser Sparmethode. Schritt 4. Intelligentes Einkaufen Entdecke die Kunst vom intelligenten Einkaufen. Sparen bedeutet keineswegs, auf die Freuden des Lebens verzichten zu müssen. Es geht einfach darum, kluge Entscheidungen zu treffen und herauszufinden, wie du den besten Gegenwert für dein Geld bekommst. Das ist die Essenz vom intelligenten Einkaufen. Ich versuche dieses Prinzip so oft es geht anzuwenden. Das fängt an beim Shoppen über Amazon und hört auf beim Einkauf im Supermarkt. Jeder von uns kennt das Bedürfnis, gut zu essen. Aber das heißt nicht, dass du Unsummen für deine Einkäufe ausgeben musst. Trotz unserer Fokussierung auf gesunde Ernährung und Qualitätsprodukte gibt es wirklich smarte Wege, beim Lebensmitteleinkauf zu sparen. Eine simple Einkaufsliste ist unter anderem eine wirksame Strategie. Plan im Voraus, welche Mahlzeiten du in der Woche zubereiten möchtest und kaufe nur das, was du auch wirklich benötigst. Übrigens, vermeide es unbedingt hungrig, einkaufen zu gehen. Denn das führt nur zu unnötigen Impulskäufen. Halte lieber Ausschau nach Sonderangeboten und Rabatten. Denn viele Supermärkte bieten oft Spardeals oder Sonderaktionen an. Und falls du regelmäßig größere Mengen von bestimmten Artikeln benötigst, dann kannst du zusätzlich von speziellen Preisnachlässen im Großhandel profitieren. Der Vergleich von Produkten und Preisen ist vor allem bei größeren Anschaffungen entscheidend. Bevor du dir beispielsweise einen neuen Laptop kaufst, vergleiche vorher verschiedene Marken und Anbieter, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen. Das Internet erleichtert es dir heute enorm, die besten Angebote zu finden und deren Preise zu vergleichen. Wichtig ist jedoch, dass die Zeit, die du für den Vergleich aufwendest, dann auch im Verhältnis zu den tatsächlichen Einsparungen steht. Ein intensiver Preisvergleich lohnt sich daher eher bei größeren Investitionen als bei kleineren alltäglichen Einkäufen. Das Geheimnis liegt darin, intelligent so einzukaufen, dass du immer das Beste aus deinem Budget herausholst. Beim Preisvergleich im Supermarkt lohnt sich auch immer der Blick auf den Preis pro Kilogramm, da viele Anbieter uns mit cleveren Verpackungen und kleineren Abfüllmengen optisch gern austricksen. Stichwort Mogelpackung. Der bekannte Spruch, der Kunde ist König, gilt in diesem Preissegment leider schon lange nicht mehr. Eine weitere Möglichkeit Geld zu sparen, bieten dir treue Programme. Ich persönlich nutze seit vielen Jahren die Payback-Karte, beziehungsweise mittlerweile App auf dem Handy. Richtig viel kommt dabei aber ehrlicherweise nicht bei rum. Laut einer Studie von Stiftung Warentest lässt sich mit den 13 meistgenutzten Treueprogrammen nur geringfügig Geld sparen. Und zwar ca. 0,5 bis 1% im Schnitt. Lediglich bei bestimmten Sonderaktionen locken hier und da auch mal größere Rabatte. Das einzige Treueprogramm, das beim Test gut abgeschnitten hatte, war das von der Drogeriekette Rossmann. Dieses Treueprogramm nutze ich auch per App, da wir einen Rossmann hier um die Ecke haben und ich hier oft einkaufen gehe. Und ja, es lohnt sich wirklich. Man bekommt alle zwei Monate auf bis zu vier Einkäufe 10% Rabatt. Und das spürt man schon in der Brieftasche. Aber Achtung, bei allen Treueprogrammen gibst du dem jeweiligen Anbieter immer auch Daten von dir preis. Außerdem wird so dein Konsumverhalten getrackt. Diese Info findet sich leider immer nur im Kleingedruckten. Ein weiterer genialer Trick, um beim Einkaufen ordentlich Geld zu sparen, ist der Kauf von gebrauchten Dingen. Oftmals befinden sich gebrauchte Produkte in erstklassigem Zustand und kosten bedeutend weniger als nagelneue Artikel. Dies gilt insbesondere für PKWs, Elektrogeräte, Bücher, Kleidung oder Möbel. Betrachten wir mal das Handy. Wenn du dir ein nagelneues Smartphone kaufst, verliert es bereits nach kurzer Zeit einen erheblichen Teil seines Werts. Stattdessen könntest du dich für ein ein bis zwei Jahre altes Modell entscheiden, das du zu einem wesentlich günstigeren Preis bekommst. Ich persönlich nutze gern neueste Technologie, doch ich bevorzuge bewusst gebrauchte Smartphones. Die technologische Entwicklung ist bei diesen Geräten nämlich so schnell, dass selbst etwas ältere Modelle noch sehr leistungsstark sind und meist nur wenige Funktionen zu den neuen Geräten fehlen. Oder beim Auto. Hier ist der Wertverlust während der ersten Jahre sogar noch größer. Und gerade bei PKWs gibt es hervorragende Angebote auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Seit ich Auto fahre, habe ich bis auf zwei Firmenwagen immer gebrauchte Autos gefahren. Da ich einfach nur ein sicheres Transportmittel benötige, mit dem ich von A nach B komme. Auch bei Kleidung oder Möbeln kannst du mit gebrauchten Artikeln super Schnäppchen machen. Plattformen für Gebrauchtwaren, Flohmärkte und Online-Auktionen sind ausgezeichnete Orte, um nach preisgünstigen Schätzen zu suchen. Ich selbst bin ein großer Fan von Online-Plattformen wie zum Beispiel Ebay Kleinanzeigen, Rebuy oder Spock. Der Kauf von Gebrauchtwaren ist also nicht nur umweltfreundlich, sondern auch eine clevere Methode, um dein Budget zu schonen. Schritt 5. Vermeide versteckte Ausgaben Oftmals sind es die unscheinbaren Ausgaben, die sich am Ende des Monats zu einem beträchtlichen Betrag aufsummieren. Diese heimlichen Ausgaben können deine Sparziele erheblich beeinträchtigen. Hier sind ein paar Alltagsbeispiele und wie ich sie umgehe. Beispiel 1. Der Kaffee unterwegs Der tägliche Kaffee von unterwegs oder der Snack beim Bäcker können sich schnell zu einer größeren Summe addieren. Ich überlege mir daher bewusst, ob ich ihn brauche und inwieweit ich mich hier einschränken kann, ohne dass es mir weh tut. Beispiel 2. Digitale Abos und Mitgliedschaften Laufende Zahlungen für Abos und Mitgliedschaften, die nicht mehr genutzt werden, können schnell unbemerkt ins Geld gehen. Ich nehme mir daher regelmäßig Zeit, meine Abos zu überprüfen und alles Überflüssige zu kündigen, was mir keinen Mehrwert mehr bietet. Für alle von euch, die regelmäßig Netflix, Disney+, Spotify oder Amazon schauen und nicht auf ihr Abo verzichten wollen, kann ich übrigens die Stream-Sharing-Plattform Gemsco empfehlen, die ich privat auch selber nutze. Mit Gemsco kannst du deine Abogebühren drastisch reduzieren. Für Netflix z.B. zahlt man für ein Standard-Abo nur die Hälfte des monatlichen Entgelts. Und auch ihr Kundenservice ist wirklich gut, wenn man ihn mal braucht. Über meinen Link unten in der Videobeschreibung spart ihr nochmal zusätzliche 5% auf das Abo und ich erhalte eine kleine Provision. Beispiel 3. Shopping-Impulse Wer kennt das nicht? Du gehst in den Supermarkt und hast eine klare Vorstellung von den Sachen, die du kaufen willst, weil du sie brauchst. Beim Bezahlen merkst du dann, dass plötzlich viel mehr auf dem Kassenband liegt. Die 3 Tafeln Schokolade und 2 Packungen Kekse standen gar nicht auf deiner Liste. Um solche spontanen Ausgaben zu vermeiden, halte ich mich strikt an meine Einkaufsliste und vermeide hier so gut es geht unnötige Ausgaben. Beispiel 4. Warme Mahlzeiten Ganz egal, ob außer Haus oder im Homeoffice. Wer selber kocht, der isst meistens nicht nur gesünder, sondern auch günstiger. Es empfiehlt sich daher regelmäßig größere Mengen verschiedener Gerichte selbst im Voraus zu kochen. Hier kann ich unter anderem Eintöpfe, Suppen oder Antipasti empfehlen. Der eigenen Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Wenn ich unter der Woche mittags doch mal auswärts essen gehe, dann schaue ich meist, wo es günstige Angebote zum Mittagstisch gibt. Klar gehen wir ab und an auch mal in bessere Restaurants und Bars und lassen es uns dann richtig gut gehen. Aber dann tun wir das bewusst und nicht aus reiner Gewohnheit. Die Vermeidung versteckter Ausgaben ist anfangs nicht einfach und erfordert eine Menge Disziplin. Regelmäßiges Überprüfen deiner Ausgaben gibt dir eine gute Übersicht, wie du unnötige Kosten minimieren und dein Sparpotenzial maximieren kannst. Jeder von uns hat nämlich ganz individuelle Bereiche, in denen er mehr oder weniger einsparen kann. Insgesamt gilt jedoch, je bewusster dein Konsum und je größer deine finanzielle Disziplin ist, desto leichter fällt dir auch das Sparen. Wenn dir das Video bisher gefallen hat, abonniere gern meinen Kanal und teile es mit deinen Freunden oder Bekannten. Also allen, die gern wissen möchten, wie man am Monatsende mehr Geld zum Sparen übrig haben kann. Schritt 6. Bleib dran und spare für die Zukunft. Das vielleicht wichtigste Puzzleteil beim Sparen ist Geld für dein zukünftiges Ich beiseite zu legen. Das bedeutet, genug Rücklagen für Notfälle und langfristige Investitionen zu schaffen. Nur so kannst du auf deinem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit erfolgreich sein. Um motiviert zu bleiben, stell dir vor, wie dein finanziell unabhängiges zukünftiges Ich aussehen könnte und setze dir dann klare Sparziele. Das unterstützt dich dabei, deine monatlichen Sparbeträge durchzuhalten und mit der Zeit zu erhöhen. Du solltest dir hierfür unbedingt auch ein finanzielles Sicherheitspolster aufbauen. Dieses Polster ist dein Puffer für unvorhergesehene Ausgaben, wie zum Beispiel Reparaturen am Haus oder im Auto, ein defekter Kühlschrank, Steuerrückzahlung und so weiter. Oder, falls du mal deinen Job verlierst. Dein finanzielles Polster ist so wichtig, dass es dir nicht nur Sicherheit bietet, sondern dich auch vor dem Verkauf von Investitionen oder schlimmer noch vor Kreditaufnahmen in Notzeiten schützt. Das Ziel ist, im Notfall genug Geld zu haben, um mindestens drei, besser sechs Monate Lebenshaltungskosten abzudecken. Dieses Polster lässt dich ruhig schlafen mit dem Wissen, dass du selbst bei unerwarteten Ereignissen finanziell abgesichert bist. Während ein finanzielles Notfallpolster dazu da ist, um finanzielle Krisen abzufedern, sind langfristige Investitionen der Schlüssel zur Schaffung finanziellen Wohlstands. Nur wenn du dein Geld für dich arbeiten lässt, kann dein Vermögen auch wachsen. Ob du jetzt in Aktien, ETFs, Immobilien, Kryptowährungen oder Sammlerstücke investierst, ist erstmal nicht kriegsentscheidend. Denn jeder Mensch hat andere Vorlieben und Ziele und auch nicht dieselbe Risikobereitschaft. Wichtig ist erst einmal, dass du dein Erspartes investierst. Ich persönlich setze seit vielen Jahren schon auf eine Dividendenwachstumsstrategie als zentralen Teil meines Portfolios und bin damit sehr gut gefahren. Wenn du hierzu mehr wissen willst, dann klick einfach auf das im Abspann eingeblendete Video oder geh unten in die Videobeschreibung. Dort findest du übrigens auch alle Videos aus meiner Videoreihe Wie geht Aktien und Börse? Die Kunst des Sparens liegt darin, dass es irgendwann zur Gewohnheit wird. Alle Sparstrategien und Methoden erfordern lediglich nur einige Anpassungen bei deinem Lebensstil und eine Prise Disziplin. So kannst du dir ganz einfach deine finanzielle Zukunft nach deinen eigenen Vorstellungen aufbauen. Schritt 7. Automatisiere deine Ersparnisse Faulheit kann tatsächlich dein bester Sparfreund sein. Du fragst dich jetzt bestimmt, was ich damit meine. Ich erkläre es dir. Statt jedes Mal neu zu jonglieren, wie viel du zur Seite legst, lass die Sparbeträge lieber automatisch auf dein Sparkunde fließen. So unterliegst du nicht der Versuchung, dein Geld für unwichtige Dinge auszugeben. Direkt nach dem Eingang auf deinem Girokonto landet so dein zum Sparen festgelegter Betrag ohne Umwege auf deinem Spar- oder Investmentkonto. In meinem Fall sorge ich per Dauerauftrag direkt am Monatsanfang dafür, dass 1200 Euro auf meinen zwei Depotkonten landen. Von dort investiere ich den Großteil des Geldes automatisch per monatlichen Sparplan in Einzelaktien und ETFs. Natürlich kann nicht jeder solche Beträge beiseite legen. Ich habe damals auch mit 100 Euro pro Monat gestartet und die Sparsumme schrittweise gesteigert. Mal angenommen, du möchtest mittel- bis langfristig 1000 Euro monatlich sparen. Du startest mit 100 Euro, die du jeden Monat nach Gehaltseingang automatisch auf dein Sparkonto überweist. Nach einigen Monaten kannst du den Sparbetrag vielleicht schon auf 150 Euro erhöhen. Durch Gehaltserhöhung oder zusätzliches Nebeneinkommen kannst du dann den Betrag Schritt für Schritt über die Jahre steigern, bis du irgendwann dein monatliches Sparziel von 1000 Euro erreicht hast. Die Automatisierung deiner Ersparnisse hat für dich zwei unschlagbare Vorteile. Erstens, du sparst, ohne es bewusst zu merken. Und zweitens, das gesparte Geld ist immer außer Sicht und Reichweite. Nachdem wir jetzt allgemein darüber gesprochen haben, was dir regelmäßige Sparen ermöglicht, möchte ich dir jetzt den letzten und wichtigsten Schritt zeigen, ohne den ich meine Sparziele nie erreicht hätte. Das Herzstück meiner Sparmethode bildet ein smartes Kontensystem mit verschiedenen Konten und automatischen Daueraufträgen. Einmal eingerichtet, verwaltet das Kontensystem vollkommen automatisch meine monatlichen Zahlungsströme. Das Geld wird so automatisch in verschiedene Kategorien sortiert, mit denen du bestimmte finanzielle Ziele bedienen kannst. Stell dir vor, du verfügst über einen stattlichen großen Geldsack, der all deine finanziellen Mittel repräsentiert. Das Ziel eines cleveren Kontensystems ist es, das gesamte Geld im großen Geldsack auf viele kleinere Geldsäcke aufzuteilen, die alle einen bestimmten Zweck haben. Das Hauptkonto, also der beschriebene große Geldsack, ist die Basis jedes durchdachten Kontensystems. Dafür bietet sich zum Beispiel ein kostenloses Girokonto an. Hier landen alle deine Einkommensströme. Von diesem Hauptkonto aus begleichst du auch all deine variablen Kosten und täglichen Ausgaben. Neben dem Hauptkonto richtet ihr unbedingt ein Sparkonto für mittelfristige Ziele ein, wie zum Beispiel Reisen oder besondere Anschaffung. Ein zusätzliches Fixkostenkonto hilft dir bei der automatisierten Begleichung all deiner Fixkosten, wie zum Beispiel Versicherungen, regelmäßige Beiträge und Rechnungen. Somit hast du deine Fixkosten immer schön getrennt von all deinen variablen Kosten und täglichen Ausgaben. Jetzt kommen wir zum vielleicht wichtigsten Konto, dem Investmentkonto. Ein solches Konto eröffnest du am besten bei einem gebührenfreien Depotanbieter. Hier investiere ich regelmäßig einen Teil meines Einkommens und nutze gezielt den Zinseszinseffekt, um im Laufe der Zeit ein exponentiell wachsendes Vermögen aufzubauen. Das Verrechnungskonto auf deinem Investmentkonto kann dir gleichzeitig auch als Sparkonto für deine Notfallreserve dienen, wo du dir gleichzeitig ein finanzielles Sicherheitspolster aufbaust. Die Faustformel von 3 bis 6 Netto-Monatsgehältern dient dabei als grober Richtwert für den Fall, dass größere unerwartete Ausgaben auftreten und falls du mal deinen Job verlierst und dir so dein monatliches Gehalt wegbrechen sollte. Kleiner Tipp, manche Girokontenanbieter, wie zum Beispiel C24 oder N26 und so weiter, bieten mittlerweile spezielle Mehrkontenmodelle an, bei denen du neben einem Hauptkonto noch mehrere Unterkonten hast. Wenn du dich für solch ein Mehrkontenmodell entscheidest, dann kannst du zum Beispiel das Fixkostenkonto und das Sparkonto für mittelfristige Ziele bereits über diese verschiedenen Unterkonten abdecken und musst dafür nicht extra zwei separate Konten bei anderen Anbietern eröffnen. Ich selbst nutze auch solch ein Mehrkontenmodell. Das ganze Kontensystem läuft dank automatisierter Daueraufträge wie am Schnürchen. So organisiere ich meine Spar- und Investitionspläne systematisch und ohne größeren Zeitaufwand. Denn dieses automatisierte System sorgt dafür, dass ich all meine Zahlungsströme nur einmal einrichten muss und diese dann Monat für Monat auf Autopilot laufen. Das bedeutet, dass ich nicht ständig neue finanzielle Entscheidungen treffen muss und auch nicht von größeren jährlichen Einmalzahlungen überrascht werde. Sparen und Investieren wird so vollautomatisiert, zu Beginn jeden Monats erledigt und ich kann mich mit anderen Dingen beschäftigen. Ich weiß, nicht jedem bereitet das Thema Finanzen so viel Freude wie mir. Daher kannst du dir ganz nach dem Motto, einmal einrichten und vergessen, ein effektives System aufbauen, das dir dabei hilft, über die Zeit eine Menge Geld zu sparen und zu investieren. Der Ausgangspunkt meines Kontensystems ist ein kostenloses Girokonto. Hier landen zu Beginn jedes Monats alle meine Einnahmen. Nach dem Prinzip Pay Yourself First werden per Dauerauftrag 1200 Euro direkt auf die Verrechnungskonten meiner zwei Depotanbieter überwiesen. Davon investiere ich dann ca. 800 Euro in ETFs und Einzelaktien und die restlichen 400 Euro fließen in mein finanzielles Sicherheitspolster. Überschreitet dieses Polster die Summe von 12.000 Euro, dann nutze ich den Überschuss auf meinem Verrechnungskonto als zusätzliche Investitionsreserve. Mit dem Geld kann ich dann im Aktienmarkt relativ schnell zuschlagen und zwar immer dann, wenn sich mal günstige Chancen durch gefallene Kurse bieten. Bei Scalable Capital erhalte ich jährlich 2,6% Zinsen auf das dort geparkte, nicht investierte Geld. Wenn du noch kein Investmentkonto beim Depotanbieter hast oder ein zusätzliches Konto öffnen möchtest, dann nutze hierfür gern meinen Link unten in der Videobeschreibung, über den ich eine kleine Provision erhalte. Dir entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten. Und du unterstützt mein Projekt. Vielen Dank! Die Organisation meiner monatlichen Fixausgaben, von Versicherungen bis hin zu Rechnungen, läuft bei mir über ein separates Fixkostenkonto. Dabei rechne ich jährliche Beiträge auf den Monat um und stelle Daueraufträge ein, um sicherzustellen, dass alle finanziellen Verpflichtungen immer abgedeckt sind. Und mein Budget für Reisen und besondere Anschaffungen fließt zu Beginn jeden Monats per Dauerauftrag auf ein Unterkonto meines Fixkostenkontos. Dieses geniale Kontensystem, gepaart mit allen beschriebenen Spartricks, bildet die Grundlage meiner Sparstrategie, mit der ich es Monat für Monat schaffe, mittlerweile über 1200 Euro anzusparen. Es gibt zahlreiche Kontensysteme. Und je mehr du kennst, desto leichter fällt es dir, dich für das Modell zu entscheiden, das am besten zu dir passt. Falls ihr weitere clevere Wege zum Geldsparen kennt oder Fragen zu meiner Sparmethode habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch mit euch und versuche immer zeitnah zu antworten. Wichtig ist, dass du dich bei der Einrichtung nicht verzettelst oder unnötig zu sehr in Details verlierst. Deshalb gebe ich dir abschließend nochmal 5 extra Tipps, die dir dabei helfen sollen, dein eigenes Spar- und Kontensystem aufzubauen. Tipp 1. Setze dir klare Ziele. Überlege dir genau, wofür du dein Geld sparen und investieren willst. Tipp 2. Lege feste Budgets fest. Dies empfiehlt sich besonders für variable Kosten, die man bestenfalls grob schätzen kann, wie zum Beispiel essen oder feiern gehen. Tipp 3. Automatisiere so viel wie möglich. Stelle dir Daueraufträge ein, um möglichst viele Zahlungen zu automatisieren und so den Verlockungen des Geldausgebens besser zu widerstehen. Tipp 4. Starte einfach. Damit meine ich nicht nur, dass du einfach mal damit anfängst, sondern auch, dass du es erstmal einfach hältst. Trenne vorerst das Sparen und Investieren von deinem restlichen Zahlungsverkehr. So gehst du auf Nummer sicher, dass egal was finanziell auf dich zukommt, du zumindest schon mal deinen Sparpart erledigt hast. Trenne außerdem deine Fixkosten von deinen variablen Kosten, um immer einen klaren Überblick zu behalten. Tipp 5. Behalte dein Kontensystem im Blick. Überwache die Entwicklung deiner Konten und passe sie bei Bedarf an. Denn gerade am Anfang ist es wahrscheinlich, dass man einige Ausgaben noch falsch einschätzt und da das Budget zu hoch oder zu gering kalkuliert. Optimiere daher immer wieder dein System, ganz nach deinen eigenen Bedürfnissen. Diese 7-Schritt-Sparmethode hat nicht zum Ziel, dass du auf alles verzichten oder wie ein Eremit leben sollst. Sie zeigt dir aber einen erprobten Weg, um deine finanziellen Ziele zu erreichen. Du musst dabei keineswegs deine Lebensqualität groß einschränken. Mit dieser Kombination aus klugem Sparen und regelmäßigem Investieren kannst du dir mit der Zeit ein beträchtliches Vermögen aufbauen. Diese Sparmethode ist keine Raketenwissenschaft. Jeder kann sie für sich nutzen, um 5.000, 10.000 oder sogar 20.000 Euro pro Jahr zu sparen. Und damit dein hart verdientes Geld nicht dem fortwährenden Kaufkraftverlust der Inflation zum Opfer fällt, ist es so wichtig, dass du es nicht einfach auf dem Giro- oder Tagesgeldkonto liegen lässt. Lege es daher unbedingt gewinnbringend an, beispielsweise in breit gestreute Aktien und ETFs. Falls du dich für das Thema richtig investieren in Dividendenaktien interessierst, dann schau dir gerne auch dieses Video an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Chris Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.